Ähm, okay Voll die Hässliche übrigens Was weißt du über deine Jugend? Ich war mit Lernen beschäftigt Bin wohl ziemlich klug Ich habe einen Master in Religionsgeschichte von meiner Mutter Einer weltweit angesehenen Spezialistin für satanische Sekten Das Blöde ist, dass ich mich an nichts davon erinnern kann, was ich in den ganzen Jahren an der Uni gelernt habe Nur an das, was in den Büchern stand, die du mir ins Krankenhaus geschickt hast Und was meine Mutter mir erzählt hat Wie sieht es mit deinem Liebesleben aus? Meine Mutter sagt, dass ich vor langer Zeit eine Freundin hatte Eine gewisse Suzanne Jetzt bin ich solo, wie es scheint Was hat sie dir über deine Vorlieben erzählt? Tja, das ist seltsam Sie sagte mir, dass ich keine Trauben mochte Aber neulich habe ich welche probiert und sie waren köstlich Interessant Inwiefern werden unsere Vorlieben von unseren Erinnerungen geprägt? Also ich mag sie jedenfalls Lief alles glatt im Krankenhaus? Klar Danke, dass du dich um die Rechnung gekümmert hast Nicht mein Verdienst, sondern der meines Geldes Manchmal hat es keine Lust, auf der Bank zu versauern Sag mal John, kannst du dich von dir aus an etwas aus deiner Vergangenheit erinnern? Nein Na ja, manchmal habe ich kurze zusammenhanglose Flashbacks Bilder, Geräusche Es ist dreimal passiert Während eines Films, beim Betrachten meiner Hand Und als ich einen blauen Vogel sah Sond aber nicht Erzähl mir mehr An was hast du dich beim Anschauen des Films erinnert? Er spielte in Paris Plötzlich sah ich Ich weiß nicht Eine Art Antiquitätenhändlerin Eine junge Frau Was kam dir in den Sinn, als du deine Hand betrachtet hast? Nun, im Grunde war es die Narbe auf meiner Hand Ich hatte das Bild eines seltsamen Mannes vor Augen Eine Art Priester in einer Kirche Er sprach davon, jemanden umzubringen Mich Was geschah, als du diesen blauen Vogel gesehen hast? Er setzte sich aufs Fensterbrett Im Krankenhaus Plötzlich sah ich mich Mit Bart und langem Haar Im Schneesturm Ach, um Gottes Willen, John Ich hab dir nicht mal einen Stuhl angeboten Ich bedauere sehr, was passiert ist, John Wirklich Irgendwie denke ich immer, dass das alles meine Schuld ist Aber nein Ich bin gekommen, um mich bei dir zu bedanken Und um Antworten zu erhalten, nehme ich an Was willst du wissen? Ich möchte wissen, wer ich bin Ich bin nicht Gott, John Wenn du dieses Mysterium ergründen willst Gehe in eine Kirche und bete Ich kann nur weltliche Zweifel ausräumen Wieso hast du diese Bücher über satanische Sekten ins Krankenhaus geschickt? Um deiner Mutter zu helfen Dein Gedächtnis aufzufrischen Und wegen einer Sache, die uns damals beschäftigte und immer noch aktuell ist Ich soll mich dir anschließen? Absolut, John Vor deinem Selbstmordversuch hast du auch für mich gearbeitet Du hattest dich aber zu sehr in die Nachforschung vertieft Und das Ziel aus den Augen verloren Lori hat den Vertrag Bitte sie beim rausgehen darum, wenn du magst Worin bestanden meine Nachforschungen? Ich hatte dich engagiert, um Informationen über den Orden des Fleisches zu sammeln Eine satanische Sekte aus dem 15. Jahrhundert Ich hoffte, das würde uns helfen, einen Killer zu fangen, der heute sein Unwesen treibt Meine eigenen Nachforschungen waren ins Stocken geraten Voll der Ohrwurm, ey Was hattest du herausgefunden, bevor du mich engagiert hast? Dass der Orden des Fleisches 1463 von einem ehemaligen Priester namens Gineste Ordonia gegründet wurde Was ist der Orden des Fleisches? Wir wissen nur wenig darüber Sie beteten den Teufel an, betrieben Alchemie und Folter und suchten Gott weiß was Bis die Inquisition anfing, sie zu verfolgen Konnte die Inquisition dem Orden des Fleisches ein Ende machen? 1498 wurden sie vom obersten Inquisitor Cardinal Quisneros in die Enge getrieben und verschwanden von der Bildfläche Sie waren einfach weg Niemand weiß wie oder wohin Was habe ich herausgefunden? Du hast deine Nachforschungen in den Archiven der Universität von Salamanca begonnen Und etwas Merkwürdiges entdeckt Ein Schreiben des Kommandanten Miguel de Somasierra an Cardinal Quisneros, das vom 31. August 1501 datierte Was stand in diesem Brief? Er schrieb, seine Einheit habe am Morgen den Tempel aufgesucht, von dem sie annahm, dass sich der Orden darin versammeln würde Haben sie dort bei einem dämonischen Ritual überrascht und alle Ordensmitglieder gnadenlos niedergemetzelt Und schließlich den Tempel angezündet Es blieben nur Trümmer und die zur Asche verbrannten Kadaver der Satansanhänger War im Brief sonst nichts zu lesen? Doch, der Kommandant rühmte sich der Spur, die sie zum Tempel geführt hatte Wortwörtlich sagte er Ich erkannte den Zusammenhang zwischen dem Orden und der heiligen Kathedrale unserer lieben Frau von Paris Woraufhin wir die Verkommenheit einer scheinbar heiligen Kirche aufdeckten Ein Zusammenhang zwischen Notre Dame und dem Orden? Dies war der nächste und letzte Schritt deiner Nachforschung Paris Was entdeckte ich in Paris? Das weiß ich nicht Du warst fünf Tage lang verschwunden Als du mich schließlich anriefst, hattest du dich sehr verändert Du sagtest, du hättest etwas sehr Wichtiges entdeckt Das du mir nicht übers Telefon mitteilen könntest Also reiste ich nach Paris Warum habe ich dir nichts von meiner Entdeckung erzählt? Als ich in deinem Hotel ankam, hattest du bereits versucht, dich umzubringen Du hattest Quecksilber getrunken Außerdem hattest du dir die Hand aufgeschnitten und das Symbol des Ordens in die Haut geritzt Es ähnelte einem Y Woher weiß man, dass es ein Selbstmordversuch war? Du hast eine Nachricht hinterlassen Vergib mir, Henry Um dieser Sache auf den Grund zu gehen, muss ich erst dem Tod begegnen Lass uns über diesen Killer reden Er tötet seit Jahren Obdachlose Anfangs zündete er sie nur an Aber dann entwickelte er eine neue Methode Was brachte dich dazu, das mit der Sekte in Zusammenhang zu setzen? Irgendwann begann er, mit einem Messer eine Art Y in die Körper seiner Opfer zu ritzen Das Symbol des Ordens des Fleisches Inwiefern veränderte sich die Vorgehensweise des Killers? Er zündete seine Opfer nicht mehr an Sondern folterte sie mit satanischen Ritualen Die Presse nennt ihn den Inquisitor Wieso ist es dir so wichtig, ihn zu fangen? Ich war eine Zeit lang freiwilliger Mitarbeiter in einer NGO namens Die Kinder des Don Quixote Erinnerst du dich? Sie setzt sich für Obdachlose ein Irgendwann hörte ich auf, für sie zu arbeiten Da es etwas gab, was ihnen mehr helfen konnte als ich Mein Geld Seit meine Eltern tot sind und ich die Firma geerbt habe Komme ich für jeden von ihnen und für all ihre Ausgaben auf Ich lasse nicht zu, dass ihnen jemand weiter Schaden zufügt, John Und du wirst mir dabei helfen Okay, dann tun wir das doch Noch was, was wir besprechen müssen? Wieso ich? So hast du mich engagiert Ich hatte zuvor deine Mutter engagiert, John Aber sie steckte irgendwann in einer Sackgasse Sie wusste nicht weiter Sie sagte, wenn jemand mehr herausfinden könnte Dann du So Jetzt weißt du alles darüber, John Sprich mit Laurie Sie soll dir die Tickets geben Was für Tickets? Oh, du weißt von nichts? Du reist heute Abend nach Paris? Das geht doch in Ordnung, oder? Klar, Henry Ich muss wissen, wer ich bin Sehr gut, John Dein Vater würde stolz auf dich sein Who the fuck ist mein Vater? Ich weiß es nicht mehr Er ist reingegangen Erinnert die Sweetsie schon an irgendetwas, Mr. Yesterday? Nein, gar nicht Schade Naja, rufen Sie, wenn Sie irgendwelche Wünsche haben Essen, ein Taxi, ein bisschen Ablenkung, Sie wissen schon Blondin, Brünette, Glatzköpfige, Schwarzhaarige, Weißhaarige, Junge, Alte, Dicke, Dünne, Unberührte, Abgetatschte, Ledige, Verheiratete, Natürliche, Operierte, Brave, Versaute 10% Rabatt, wenn ich zusehen darf Alles klar? Danke, Albert Ich Denk drüber nach Während du es dir bequem machst Merkst du, dass irgendetwas an diesem Zimmer seltsam ist Du weißt nicht wieso Aber du hast ein komisches Gefühl Ja, und mich beschleicht das komische Gefühl, dass wir hier mal wieder eine Aufnahmepause machen werden Und ich mich dann verabschieden werde Und sagen werde Bis zum nächsten Mal, liebe Leute Und genau dies wird jetzt auch geschehen Bis zum nächsten Mal, liebe Leute Bis zum nächsten Mal, liebe Leute